es ist ja irgendwie der sohn wo du gerade rennst nicht und die ganzen säcke hier das habe ich schon mit gekriegt ich habe hier auch mal die seitengassen abgeguckt aber irgendwie hier ist noch nicht so viele seiten hier alter ich sehe hier auch nichts warte mal hier ich habe hier auch was von nutzlosen beutel einsatzbericht wo lag jetzt bei euch was hey wo seid ihr hin gerannt wo komme ich hinein aber ich glaube man kann hier so eine blitzreise machen habe ich gesehen blitzreise zu spieler das funktioniert gucki 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 so dass man hier verlassen kann habe ich irgendwie Jo, alles klar, sag Bescheid, wenn du wieder da bist, Jo, Union. Können wir mal probieren, ob wir es für zweit schaffen, oder? Probieren wir einfach mal, wie sieht es hier, ich glaube, da wo der orange Pfeil hinführt, ich denke mal, da wird irgendwo der, oder, ne, oder noch, kommt man hier rin, ne, kommt aber auf der Telefon, hoch, ne, da kommt man aber nicht durch, durch, ähm, ich hab keine Ahnung, wie kommt, muss man das vielleicht irgendwie erstmal markieren hier auf der Karte, Ah, ich glaube, auf der anderen Seite ist der, der Eingang, wenn wir mal auf der Map gucken, wir müssen, glaube ich, eh immer rum, ringsrum laufen. Keine Ahnung, warte mal, ich gucke mal, äh, ich will mal, ich schweiß Map, Inventar, Rüstung, wo steht denn das? Unter welcher Karte, wo ist denn das drinnen liegen? Ah, hier Arbeitsmaske habe ich. Ah, ich glaube, wir müssen hier eh mal den orangen Pfeil folgen und von der anderen Seite, weil da ist, glaube ich, dieses Kampfsymbol. Was ist denn dieser andere blaue Kreis jetzt hier eigentlich, was zeigt denn der hier an? vielleicht lasst man schon der wird ja unten noch angezeigt um die verbindung getrimmt das ist ein gelber pfeil was ist das ich glaube da wir müssen durch diese alte zone wo wir schon mal drinnen waren da steht und denen aber ich glaube dass die bricht gerade zusammen kann man helfen hier liegt irgendwas ist der beutel hatte ich dachte wo müssen wir denn hin wie kommt man denn jetzt hier rein spiele stück weiter hier hier da kommen jetzt können wir einfach rein kontaminierte vorräte entdeckt kontaminations scan eingeleitet so muss man jetzt hier mit verteidigen müssen über uns irgendwo es wird rotet ich habe keine ahnung ach du scheiße ach so müssen wir uns beten finden hier ist noch was hier die virendaten in der cloud hochladen da oben irgendwo müssen wir hin oder ein agent verlässt jetzt hier da hat aber lange gedauert also Lars noch okay wir müssen anscheinend hier irgendwie irgendwo hin ich weiß nicht wie man da hinkommt jetzt ja da müssen wir gleich hin aber ich weiß nicht wie man da hinkommt auch hier oder sind flammenwerfer schon ich sehe es schon aber wie kommt man denn da jetzt darüber ach du scheiße ich sehe die anstrengung wir haben hier ja das mitnehmen ja wir haben bis jetzt noch 58 sekunden scheiße wie kommen wir da rüber oh ja die hat hier sitzen die war wo kommt man jetzt hier irgendwie hin ah ja hier kann man nur sehr gut ja locker aber ich weiß nicht vielleicht kommt dann auch noch was anderes nicht abgeschlossen das war schon medizin Flügel rüht. Da ist auch noch so ein Biohazard Symbol irgendwo da auf der Karte. Ne, ich habe auch Leibwächterweste habe ich jetzt hier und einen kleinen Laserpointer. Mal gucken was das hier ist, Inventar. Höhere Präsidation aus der Hüfte schießen. Mods und Waffen, Mods und Mods, indem man ein Objekt mit dem Mod-Platz auswählt. Okay, wie mache ich das jetzt? Also jetzt muss ich die Waffe auswählen. Ah ja, so. So. Ah, okay. Cool. Was habe ich jetzt noch? Mündung. Leibwächterweste, sehr gut. Was anlegen nicht möglich, sie benötigen eine höhere Stufe. Scheiße. Ja, das ist die Seltenheit, also das Rollenspiel typisch Grau ist halt ganz normal gewöhnliches Zeug. Blau ist halt selten, Grün ist noch seltener, Lila ist Legendary und dann gibt es noch Orange, das ist halt exotisch. Also es ist halt, in den Rollenspielen typisch diese Farben immer, es zeigt die Hand halt wie selten, wie selten das ist. Warum kann ich das jetzt hier nicht anlegen, verdammte Korrekturmaske? Achso, wahrscheinlich weil ich die andere gerade aufhabe. Ja, deswegen, wir müssen mal ab und zu mal reingucken, Alter. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich hier schon diesen alten Mod habe und was weiß ich. Ah, jetzt habe ich hier einen Laserpointer auf der Waffe. Also ein Visier. Nice. Das ist gut. Hier war irgendwo noch so ein Biohazard-Symbol auf der Karte. Wo ist denn das hin? Achso, das ist die kontaminierte Standardausstattung. Auffüllen. Kann man da irgendwie hin? Ah, Wegmarkierung. Wo habe ich jetzt die Wegmarkierung? Wo sieht man die jetzt? So schon ein Laserpointer, oder? Ja, da muss man sich erstmal hinfuchsen, auf jeden Fall. Let's gucken ob hier noch was rum ist. Go, Gucken ob hier noch was rum ist. Ecke mit der Mod auswählen wo du es ran haben willst. So na wenn nicht, musst du nochmal bei der zweiten Waffe probieren, ob du da auch nochmal anlegen kannst das Ding. Nice. Na wenn du, äh, Genau, Waffe aus